rober rechenfehler denkfehler in der rentenplanung der sie später einmal im renteneintrittsalter teuer zu stehen kommen kann mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren jeder von ihnen kennt das oder die meisten von ihnen kennen das arbeitnehmerinnen arbeitnehmer sozialversicherungspflichtige oder rentenversicherungspflichtig beschäftigte selbstständige sie bekommen einmal jährlich eine renteninformation die sieht dann ungefähr so aus die renteninformation von der deutschen rentenversicherung hier ist es max mustermann manchmal ist auch maria mustermann ja und in dieser renteninformation stehen dann einige daten drin unter anderem hier in diesem beispiel die ist eine etwas ältere renteninformation aber im kern möchte sie auf das problem hinweisen was hier geht in dieser renteninformation sind daten gespeichert beitrags und die deutsche rentenversicherung sagt dann ja lieber max wenn du nach heutigem stand also stand 31 12 2017 zum beispiel oder 2021 das ist in dem moment völlig egal wenn du jetzt hier aufhören würdest mit arbeiten dann würdest du später einmal im jahr 2038 zum 1.07 2038 eine regel altersrente in höhe von 1207 euro und 69 cent bekommen der max ist geboren am 30 6 71 ja also 1.07 2038 kann der eine regel altersrente bekommen wunderbar so wenn jetzt unser max praktisch weiterarbeitet weiterverdient wie im durchschnitt der letzten fünf jahre der hat also wahrscheinlich ganz gut verdient dann wird er ja später mal zum ersten 7 2038 dann 2334 euro und 21 cent bekommen an rente ja und dann steht hier unten drunter noch weiter rentenanpassungen aufgrund zukünftiger rentenanpassung kann die errechnete rente in höhe von 2334 euro das ist aber auch nur eine rentenschätzung tatsächlich höher ausfallen die haben dann noch mal gerechnet mit ein prozent anpassungen und mit zwei prozent aber davon will ich jetzt mal gar nicht ausgehen ja aber das sind auch interessante zahlen da können wir später dann auch noch mal drüber reden mir geht es um diesen wert hier geht es darum ja also unser max denkt mensch einmal frei wunderbar ich krieg hier 2334 euro an rente damit lässt sich dann 2038 ganz gut leben oder aber wenn meinetwegen auch 2870 euro mit dieser anpassung hier gehen wir aber jetzt mal von diesem wert aus ja also wir sehen dieser wert hier das ist der wert der regel alters rente 67 des lebensjahr für unser max jetzt mal jetzt will aber max nicht mit 67 in rente gehen sondern mit 63 in rente gehen ja meine damen und herren da sieht doch die sache ganz anders aus gucken wir mal vielleicht kriege ich das ein bisschen größer hier dann sehen sie das auch vielleicht ein bisschen besser also wenn sie vielleicht können sie es dann sich noch ein bisschen größer stellen im video ich hoffe dass es dann zu sehen ist also ich habe da reingeschrieben in den in die kommentarleiste der max will aber mit 63 in rente gehen vielleicht kann ich noch ein bisschen größer machen kriege ich doch nicht hin so richtig der will also mit 63 in rente gehen und unser max hat jetzt ein ganz großes problem denn er muss wenn er mit 63 in rente gehen will von diesen 2334 euro schlicht und ergreifend 14,4 prozent abziehen und das ist genau der betrag oder das ist genau der denkfehler den unser lieber max hier gemacht hat der hat nämlich nicht die 14,3 prozent die 14,4 prozent abgezogen sondern er denkt dass er mit 2334 euro dann auch eine altersrente mit 63 bekommen kann nein meine damen und herren max muss von den 2334 euro schlicht und ergreifend 14,4 prozent abziehen das macht dann rund 1.997 euro rente aus also max verliert über 300 euro rente gegenüber diesem betrag und das ist genau der fehler den viele menschen machen die dann denken mensch ja das ist doch meine rente die bekomme ich wie kann das eigentlich sein dass ich weniger rente bekommen und das ist das meine damen und herren was ich leider häufig in der rentenberatung bei uns auf rentenbescheid24.de erlebe dass die menschen dann mit einer völlig anderen vorstellung in die rente reinkommen und die rente haben wollen und denken ja ich bekomme doch so und so viel rente so stand das in der renteninformation oder in der rentenauskunft geschrieben nein meine damen und herren sie müssen immer davon ausgehen die rente errechnet sich immer zu dem stand zu dem sie erstmals oder möglicherweise regulär in eine vorgezogene altersrente gehen können das kann hier im fall von unserem max zum beispiel am 1.7 20 38 sein das kann aber auch am 1.7 20 36 sein wo er nämlich dann eine altersrente für besonders langjährig versicherte mit 45 jahren wartezeit bekommt und die altersrente für besonders langjährig versicherte mit 65 jahren mit 45 jahren wartezeit vollendung des 65 lebensjahres ist bei dem geburtsjahrgängen ab 4 9 ab 64 dann grundsätzlich nur noch mit 65 möglich ja die ist doch deutlich niedriger als diese altersrente hier diese altersrente ist die regel altersrente und die kann max zum 1.7 20 38 hochgerechnet bekommen aber nicht zum 1.7 20 36 und schon gar nicht als altersrente für langjährig versicherte mit 14,4 prozent abschlag da sind es dann nämlich nur noch 1.997 euro meine damen herren das ist der fatale irrtum der fatale fehler den viele menschen in der planung ihrer rente machen dass sie nicht berücksichtigen dass in der renteninformation oftmals nur oder nicht oftmals sondern grundsätzlich immer nur bei der hochrechnung der renten und bei der tatsächlichen rente immer von der regel altersrente ausgegangen wird und nicht von der altersrente zu der sie vielleicht erstmals mit 63 oder mit 65 in rente gehen können also da meine damen was will ich damit sagen ich will damit sagen die renteninformation ist gut und schön aber sie ist nicht das nonplus ultra sie ist nicht das instrumentarium für sie um genau herauszufinden wie hoch ihre altersrente tatsächlich ist da gibt es zwei möglichkeiten entweder sie schreiben ihre rentenversicherung an und fordern von denen eine entsprechende rentenauskunft über die unverbindliche rentenhöhe eine altersrente zu ihrem gewünschten termin oder aber sie gehen zu einem gerichtlich zugelassenen rentenberater oder rentenberaterin schmeißen dort ihre unterlagen ab und sagen zudem leute ich möchte einfach mal wissen wie sieht es jetzt mit meiner rente tatsächlich aus was bekomme ich tatsächlich wenn ich mit 63 in rente gehe oder mit 65 in rente gehe dann kriegen sie dort schon ziemlich treffsicher alle informationen als hochrechnung sicher kostet das geld aber dafür haben sie dann auch die entsprechende sicherheit dass das seine ordnung geht natürlich bekommen sie diese informationen immer auf immer auf basis der rechenwerte des aktuellen der aktuellen zeit wo sie den auftrag erteilen auch die rentenversicherung wenn sie jetzt zum beispiel fünf jahre vor rentenbeginn ihre rente hochrechnen lassen sagt auch klipp und klar das ist eine hochrechnung eine schätzung wir wissen nicht was zum beispiel in fünf oder wie hoch in fünf jahren zum beispiel der dann dort geltende rentenwert ist damit könnten sich ja ihre rentenanwartschaften noch mal deutlich erhöhen also meine damen und herren bitte nicht den fehler machen und glauben dass das was in der renteninformationen ultimativ auch ihre rentenwerte sind die sie dann tatsächlich bekommen das kann ein fataler fehler sein ja und wie gesagt wenn sie der meinung sind dass sie da hilfe brauchen dann wenden sie sich bitte an ihre rentenversicherung oder an einen gerichtlich zugelassenen rentenberater näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel